Also, dann schauen wir uns heute dieses OS 2030 an, Control Arm Topology Optimization with Draw Direction Constraints. So, also Hyperworks ist mal gestartet, hoffe ich, und wir schauen uns zuerst mal die Datei an, was wir hier drin haben. Das erste, was mir jetzt auffällt, was ich euch noch nicht so gesagt habe, sind diese Rigid Spinnen, ja, diese pinken, also ich ändere mal die Farbe, die gefällt mir nicht so, machen wir die mal lieber grün. Also, diese grünen Rigid Spinnen, nennt man die, das sind Koppelungen von Freiheitsgraden. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man die koppeln kann, aber das werden wir noch sehen. Also, hier für euch wichtig zu wissen, sie dienen eigentlich dazu, dass man Kraft, Angriffspunkte beziehungsweise Laststellen übertragen kann. Das heißt, wenn man jetzt hier die Rigid Spin mal ausblendet, sieht man, hier haben wir hier diese Bohrung und in der Mitte hat man eine Lagerbedingung gesetzt und diese Lagerbedingung sagt, festhalten in XYZ translatorisch und diese Lagerbedingung wird über das Rigid an alle Knoten, die ihr hier seht, weitergegeben. Das heißt, die komplette Bohrung wird so festgehalten. Und dieses Verhalten nennt sich dann auch RBE2-Verhalten im Gegensatz zum RBE3-Verhalten, was eine Bewegung der Zwischenknoten zueinander noch zulässt und für Kraftangriffspunkte besser geeignet ist. Man sieht dann hier noch den Typ hier ganz klein grün und hier in dieser Bohrung sieht man, dass die Kraft hier weitergeleitet wird. Also hier sieht man zwei Kräfte angreifen und diese zwei Kräfte werden dann eben weitergeleitet an die Bohrung. Okay, also die Control-Arm-Datei haben wir mal geöffnet und wir sehen auch, dass hier ein kompletter Lastfall schon definiert wurde. Das heißt, wir können jetzt schon direkt rechnen. Machen wir jetzt aber nicht, sondern wir setzen jetzt mal die Topologie-Optimierung auf. Und zwar war das über Analysis, Optimization, also hier der Knopf bei Analysis direkt daneben, Optimization an Seite, wieder im Optimization-Menü. Und jetzt gehen wir praktisch folgendermaßen vor, wir sind jetzt wieder in der Topologie-Optimierung logischerweise, also gehen wir auf Topology und erstmal auf den Radio-Button Create. Und wir werden jetzt eine Karte kreieren und zwar nennen wir einfach die DV1, aber wie gesagt, der Name tut jetzt nichts zur Sache. Und bei den Properties müssen wir aufpassen, es gibt jetzt hier mehrere Properties. Wenn ihr mal links in den Baum schaut, dann habt ihr hier einen Design-Raum und einen Non-Design-Raum. Seht ihr das alle? Also im Modellbaum unter Properties gibt es einen Design-Raum hier und einen Non-Design-Raum. Und das findet sich auch hier im Modell wieder. Also hier habt ihr praktisch die braun gefärbten Elemente, die braun gefärbten Elemente sind diese Elemente, die die Propertiesign-Raum haben. Und dort wird dann auch was verändert. Und die blauen Punkte werden, also die blauen Elemente werden nicht verändert, weil sie die Property Non-Design haben. Okay, das heißt DV1 als Name und unter Props wählen wir Design aus. Drücken auf Select. Und der Typ ist jetzt hier nicht mehr P-Shell, sondern wir sind jetzt hier im dreidimensionalen Bereich und somit ist er P-Solid. Also Name DV1, Props, Property Design und Type P-Solid. Frage? Wie lege ich jetzt diese, also in einem Bauteil diese zwei Räume fest? Kann ich das einfach manuell, also über Shift gedrückt halten, die Knoten markieren und dann... Genau. Es war die Frage, wie kann man das festlegen, dass ein bestimmter Designer-Bereich existiert und wie ein Non-Design-Bereich existiert. Also wir sehen jetzt hier, dass wir zwei Properties haben. Und diese zwei Properties entsprechen den zwei Komponenten. Und wenn man jetzt sagt, man will jetzt hier zum Beispiel doch noch ein bisschen mehr von diesen Elementen hier in den blauen Bereich bringen, dann kann man das wie folgt machen. Die sind ja im Moment im Design-Bereich. Man will es jetzt zum Beispiel in den Non-Design-Bereich schieben. Das geht über Shift und F11. Drückt mal alle Shift und F11. Das geht natürlich nur, wenn ihr draußen seid. Shift, F11 und dann habt ihr so ein Verschiebungspanel, kann man so sagen. Und da kann man sagen, man will jetzt Elemente verschieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier zwei Elemente nur zum Zeigen mal anwähle und Destination-Component auf Non-Design stelle und dann auf Move drücke, dann seht ihr, dass sie blau werden. Also bitte nicht mitmachen, weil sonst kommt ihr nie wieder zurück. Dann könnt ihr die so verändern und die wären jetzt praktisch im Non-Design-Bereich. Also es geht über den Weg, dass man verschiedene Komponenten anlegt, diese Komponenten mit verschiedenen Properties hat und in Folge dessen zwei verschiedene Bereiche hat. Ich gehe jetzt wieder auf Reject und dann ist die ganze Sache vergessen. So, zurück zur Aufgabe. Analyzes, Optimization, Topology, Name DV1, Props auf Design gesetzt und P-Solid als Type. Drücke ich auf Create, dann sehe ich links, dass eine Design-Variable erstellt wurde, DV1. Gut, und jetzt kommt diese Sache mit den Draw Directions. Die Draw Directions als Bearbeitungsrichtung, die können wir jetzt festlegen. Und zwar wollen wir jetzt folgendes machen. Wir gehen jetzt hier auf Draw. Fitter Radio Button. Und da können wir jetzt praktisch einen Draw Type definieren. Im Moment steht None drin. Also kein Draw Type. Den stellen wir jetzt mal auf Single. Und jetzt sollen wir zwei Knoten auswählen, die die Richtung der Draw Direction vorgeben. In dem Fall, weil das Tutorial das so vorsieht, machen wir das mit den IDs. Also man könnte jetzt auch einfach zwei Knoten nehmen. Aber wir machen das jetzt mit den IDs. Mal schauen, welche Knoten das sind. Über IDs auswählen geht folgendermaßen. Ihr drückt einmal auf das gelbe, auf den gelben Selector und dann könnt ihr die ID direkt eingeben. Also für den ersten Knoten haben wir die 3029. Und Enter gedrückt. Schauen wir mal, ob wir den finden. Also ich finde den, der ist hier. Und dann der zweite Knoten wäre die 4716. Wer es jetzt nicht gefunden hat, nimmt einfach zwei Knoten. Und zwar so, dass der erste Knoten unten ist und der zweite Knoten oben, so wie hier. Also der zweite Knoten wäre der weiße. Als Obstacle könnte man jetzt noch ein Hindernis wählen, wo praktisch eine Property ein Hindernis für diese Draw Direction darstellen würde. Also für innenliegende Bauteile. Haben wir jetzt nicht. Und in dem Fall drücken wir einfach, doch, beziehungsweise haben wir schon. Obstacle wäre das Non-Design. Also Property, Non-Design, ausgewählt und dann auf Update geklickt. Gut. Dann auf Return. Und dann sind wir praktisch mit der Draw Direction fertig. Das war alles, um die Draw Direction definieren zu können. Als nächstes müssen wir die Optimierung aufsetzen. Das heißt, wir müssen Responses definieren, Deconstraints und das Objective. So, zuerst Responses. Und jetzt die üblichen Verdächtigen wieder. Also wir erstellen eine Rated Compliance. Können wir einfach eine Rated Compliance nennen. Als Load Step werden wir beide Load Cases anwählen. Also Name WComp. Type ist Weighted Compliance. Weighted Comp. Als Load Step werden wir beide Load Steps anwählen. Und auf Create drücken. Die andere Response ist dann VolumeFrag. Vfrag. Und hier als Type. VolumeFrag. VolumeFrag. Also zweite Response ist die VolumeFrag. Hier können wir die Totale anwählen. Wir können aber auch die vom Designraum anwählen. Das macht jetzt eigentlich hier keinen großen Unterschied. Und drücken wieder auf Create. Und dann solltet ihr im Modellbaum sehen, dass ihr zwei Responses kreiert habt. Die Weighted Compliance und die Vfrag. Als Nächstes wollen wir die Constraints setzen, also DesignConstraints. Und zwar wollen wir sagen, dass das VolumeFrag maximal 0,3 betragen darf. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Deconstraints und nennen das einfach Deconst. Die Response ist in dem Fall VolumeFrag und die UpperBond auf 0,3. Wenn ihr hier bei der Response keinen VolumeFrag seht, dann habt ihr sie nicht erstellt. Dann habt ihr vielleicht vergessen, die Property zurück auf Total zu setzen oder sowas. Oder ihr habt einfach was überlesen, links unten, wo ihr gesagt habt, er kann die Property nicht erstellen. Beziehungsweise hier die Response. Dann würde ich euch vorschlagen, einfach zuzuschauen. Es sind jetzt nicht mehr viele Schritte. Und wir werden das dann praktisch später im Video oder dann von 1 zu 1 nochmal besprechen. Also noch auf Create drücken. Und dann habt ihr dieses Optimization Constraint hier drin. Und als Letztes brauchen wir noch das Objective. Das Objective definiert sich hier unter Objective. Und davon müssen wir einfach die WComp und Minimum, also eine Minimierung der Response, Weighted Compliance, kreieren. Und dann haben wir das Objective. So, das wäre es eigentlich für die Aufsetzung von einer Topologieoptimierung hier. Und wir werden es jetzt mal laufen lassen. Indem wir hier auf OptiStruct drücken und das Ganze starten. So, das nennen wir jetzt hier Control Arm. Wichtig dabei, nicht vergessen zu speichern, wie ich hier. So, und bei mir habe ich jetzt durchgelaufen, habe aber nur die Analyse gemacht. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier zurück und sage Optimization. Und sage auch bei... ... Vielen Dank.